Oh, schau nicht auf. Wir müssen nach vorne kommen. Ich bin sicher, dass wir es schaffen. Ich wundere, was da ist? Das Unkennende ist gefährlich. Ah, hier? Wir müssen erstmal reinkommen. Hier waren wir. Ach! Also, die Grafik von dem Game hier ist auf jeden Fall schon mal ganz stabil. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, auch ein Raytracing ist hier auch am Start. Aber es ist ein Bruchgame. Hallöchen, mein Freund. Frankie, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Sei gegrüßt. Hoffentlich hat es einen schönen, angenehmen Samstag gehabt. Und danke dir für deine zwei Rosen, saulieb von dir. Danke dir. Danke, danke. Für deinen krassen Support jedes Mal. Danke. Ja, alles super. War noch arbeiten. Samstags sogar arbeiten. Krass. Ja, gut. Kommt bei mir auch vor, aber zum Glück hält es sich sehr an Grenzen, sagen wir mal so. Und danke dir nochmal für deine zwei Rosen. Insgesamt vier. Vielen lieben Dank. Nein! Das hier ist ein richtiger Bruch, Mann. Wie war dein Tag? Der war auf jeden Fall ganz gut. Ich wollte direkt mal morgens erstmal wieder trainieren. Schön im Training. Genau. Genau. Super. Ja, das mache ich sehr gerne Training. Vier, fünf Mal die Woche. Sind wir eigentlich drin. Was spielst du? Das ist jetzt only up. Ich weiß gar nicht genau, wie sich das Game hier so nennt. Jump and Run. Also, du musst hier so hochklettern. Siehst du, ganz, ganz hoch. Und wenn man runterfällt, da muss man wieder von vorne anfangen, quasi hochzuklettern. Also, das ist so ein Game, wo man halt dann einen brechen kann. Es ist sehr schwer, eine Wahl zu machen, wenn du nicht weißt, wo es leiden wird. Und hier bin ich meistens immer schon abgekackt. Du hast einen tollen Oberarm. Danke dir, danke dir. Ja, da steckt auch schon jahrelang Training drin. Jahrelang. Und viele denken natürlich auch, ich würde stoffen. Ist aber nicht so. Ich würde es zugeben, wenn ich es machen würde. Aber ich gehe ja auch schon seit 17, 18 Jahren trainieren. Ich habe sehr früh angefangen. Und bin eigentlich immer am Ball geblieben. Und früher auch immer viel auf dem Bau gearbeitet. Und danach trotzdem noch ins Training. Nein, genau das habe ich gemeint. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Scheiße. Das mache ich immer. Was meinst du, machst du immer? Okay, viel Erfolg noch. Bis dann, mein Freund. Ja, dir auch. Und danke dir nochmal für deinen Support. Vielen lieben Dank. Und danke dir nochmal für insgesamt sieben Geschenke. Der andere zeigt dir noch nicht an. Jetzt zeigt er an sieben. Danke dir. Sport. Ich habe mir immer schon die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, so wie ich das sehe auf deinen Videos, dass du auch recht sportlich aktiv bist oder warst. Ja, die ist auch nicht unsportlich aus. Okay. 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 Ich habe hier ein bisschen gerecht. Okay. Okay. Ich wünschte, ich käme da mal höher und kack nicht immer da bei diesen Rohren ab. Jo, jetzt kack ich sogar hier schon ab. Äh. Eieieiei. Was ist jetzt? Jetzt schwäbe ich in der Luft. Hallo? Hallo? Wollte gerade sagen. Hm? Gibt's denn hier nirgendswo... mindestens so irgendwie so'n Speicherpunkt oder sowas? Danke dir noch mal für deine drei Rosen. Hast du jetzt gerade noch mal welche rausgehauen zuletzt? Danke dir, Frankie. Danke, danke. So, ab hier, ey, das ist so heftig hier, ne? Ey. Gibt's keinen anderen Weg? Gibt's keine andere Weg? Ja. Tschüss. Ich gebe dir so, was ich gut, bin ich. Oh. Oh. Jetzt blende die Dreckssonne noch. Ganz easy, geschmeidig. Jetzt chillen wir mal hier oben. Oh, Mann. Oh, Mann. Hier gibt's nirgendwo was, wo man auch speichern kann oder so, gell? Oh, Mann. So, hier so, dann hier hoch, dann... Alter, krass. Wie komm ich denn überhaupt hier höher? Hä? Wir müssen da rüber noch. Oh, Mann. Halt dich fest. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ja, hier können wir uns... So, und dann müssen wir irgendwie... Ähm... Ähm... Krass. Alter, krass. Ich weiß gar nicht, warum ich hier richtig bin. Ich weiß gar nicht, warum ich hier richtig bin. Krass, Mann. Das könnte schon passen, ne? Oh, Mann. Oh, Mann, ey. Bleibt ganz flockig, ganz cool. Oh, Mann. Oh, so eine Scheiße, Mann. So eine Scheiße. Ah, hier geht's hoch. Schade, Mann. War da jetzt eigentlich schon ein Stückchen... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Och, ey, jetzt fall ich schon am Anfang hier runter. Ich glaub's nicht. geht da hat er sich jetzt nicht festgehalten man das ist wirklich ein bruch das hier das ist wirklich ein bruch das hier Vielen Dank. Hey, halt dich fest, halt dich fest. So, ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Okay, der ist aber... Okay, ich gehe doch wieder den anderen. Der hier ist mir doch zu krass. Welchen war das? Der hier, der hier. Der hier, der hier. Der hier, der hier. Die Sonne, Mann. Oh, das hätte ich schon gedacht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jetzt mal nur eine kleine Pause machen, ne? Okay. 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 Ei, ei, ei. Okay. Hier sind wir eben abgeschmiert. Um... Huh? Wie sollen wir denn jetzt hier weiterkommen? Ich glaube, ich muss jetzt noch hier runter. Hä? Also da... Ich kann jetzt so rüberspringen. Das wird aber eine krasse Sache. Das wird eine richtig krasse Sache. Gibt es ja noch diesen Zeitlupen-Modus? Bin mir aber nicht sicher, ob wir das schaffen. Äh... 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 Okay, äh. Hält er sich so fest, wenn wir jetzt hier hochspringen? Okay. Okay. Meine Fresse, krass. So, und jetzt? Äh. Hier hochklettern? Hä? Nee, da hochklettern ist auf jeden Fall nett, sondern jetzt... Von hier kamen wir? Ei, 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 ei. Wir müssen da so... Geht der so da hoch? Alter Scheiße, Mann. Fuck Es geht noch so ein Rohr hier am besten kaputt Scheiße die Sonne man Die blendet manchmal krass Jetzt kann man sich aussuchen Äh ich weiß nicht Ich gehe Gehe so weiter Alles klar Oh Oh There is something strange going on with this world Though there has always been something wrong with it Would everyone come to The stability has been shaken Maybe this is a chance for me Oh So here is a bed Kann man hier abspeichern Nein Warte doch mal Okay Alles klar so ein Ding ist das ja Äh Gut Mann Die scheiß Sonne Mann. Okay. Puh. Hallo. steigen wir mal können wir in den zug einsteigen hier geht es irgendwo weiter krass hier okay alter alt f5 oder wie heißt der vier hättest du schon gedacht wer bruch das hier ist aber auch schon ganz schön krass na so la la Ah, Alter, Alter. Boah, Mann. Boah, Mann. If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. Uh-oh. 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 Ach du Scheiße. Uh-oh. 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 Mann, ich weiß nicht, ob das Ding irgendwo runterfliegt. Da muss man echt aufpassen. Uh-oh. From here you have a great view of the favelas. Uh-oh. 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 Der Elefant redet. Ah, ich weiß schon, oder? Komm weg, hat er auch mal gesagt. Ja, runter wollen wir ja nitz, ne? Boah, dann geht's hier weiter, ne? Gibt's denn hier ein Netz, wo man irgendwo abspeichern kann, alter Scheiß. Hey, bleib ja da stehen, Mann. Oh, Mann. So eine Kacke, Mann. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Alter, Mann. Ah, hier, ne, wir können so, oder? So, ne? Formula... ... ... ... ... ... Jetzt hier. Jetzt hier. Scheiße, Mann. Sind wir hier richtig? Jetzt bin ich doch verhasen. Oh Gott. Krass. Das war knapp. Das war richtig knapp. Mann, oh Mann. Okay. Da hoch also nett. Ah, scheiße. Oh, hier hat man auch so... Ja, ich nehme lieber den Weg hier. Was geht? Was geht? Wie läuft's? Sehr gut. Und bei dir? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich bin jetzt gerade hier den Bruch. Den Bruch hier. Ja? Scheiße. 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 Oh. Mein Gott. Alter, das Game ist schon... Wenn man da runterfällt, dann ist es halt verkackt, ne? Schon runtergefallen in dem Game. Ja, bei mir ist soweit alles gut. Sehr schön. Freut mich zu lesen. Ja, zweimal für heute so. Aber bis jetzt noch, ähm... Alles gut. Oh, wenn ich das sehe. Oh, scheiße. Das ist halt auch schon ein Bruch, das Game hier. Oh. Man muss halt wirklich erst mal gucken. Okay. So. Und dann? Hier auf der anderen Seite. Ich muss ja hoch, genau. Oh. Oh. Halte dich fest. Alter. Ich glaube, man kann die nicht mal jetzt abspeichern, gell? Da wenigstens irgendwo, ich glaube, bei Alt-F4 oder Alt-F5, wie heißt das nochmal, da konnte man ab manchen Stellen wenigstens abspeichern. Stell dir mal vor, du hast einen Run von 6 Stunden und fällst dann runter. Das ist brutal ärgerlich. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel hier geht. Wann hat das überhaupt ein Ende? Ich bin jetzt schon, äh, was heißt, ziemlich weit oben, aber... Ey, scheiße, ey. Scheiße. Ey, scheiße, mach keine Dinger! Nee. Oh, fuck. Ah, Mann! Jetzt halte ich wenigstens hier fest. Ah, jetzt müssen wir ein Stückchen... Rekord ist unter 20 Minuten. Krass. Das sind richtig krasse Freaks. Jetzt bin ich ja schon... Jetzt bin ich ja schon ein Stück runtergefallen, aber... Es ist, ähm... Es geht noch. Es geht, es geht noch. Jetzt müssen wir wieder ein Stückchen... Hoch. Uh, Miss Grey, Baby! Bego! Bego! Krass. Das Spiel hier ist schon... Schon krass. Krass. So... So... Nein! Oh, ey, echt jetzt? Oh, fuck, man. Jetzt müssen wir wieder ein gutes Stück hoch. Ah, scheiße. Bizeps. Aber natürlich, bitteschön. Mist, jetzt sind wir doch schon ein gutes Stück wieder runtergefallen. Okay. Ich bin schon mal wieder. das ist schon krass das ist es gar nicht so einfach das ist gar nicht so einfach ich bin froh dass ich wenigstens noch irgendwo festgehalten hat so sind wir wieder hier krass und hat hier zocken gerade so viele so ach komm schon jetzt habe ich aber jetzt habe ich keinen bock mehr das ist auch schwer man so eine rotze jetzt bin ich schon wieder bei dem elefant oder wie noch weiter runter geht es jetzt geht es ganz runter nee jetzt habe ich keinen bock mehr aller jetzt jetzt bin ich komplett am arsch ne nirgendwo hält er sich mehr fest jetzt geht es komplett runter ich weiß überall gerade die stelle ach man nein jetzt ging es komplett abwärts ganz runter vor allem wenn man höhenangst hat keine ahnung er hat ist so ärgerlich ich war jetzt schon ein stückchen oben und toll kann man hier ist das kann man sich jetzt irgendwelche skins holen ok welches gehen soll man denn holen denn ja hat ein bisschen ähnlichkeit mit beko oder ich kann es nicht glauben der hat sich nirgendwo mehr festgehalten der hat sich nirgendwo mehr festgehalten das ist so ärgerlich beko hat auge gemacht und lacht jetzt ja jetzt schon wieder Herrmasz k Vielen Dank. Das muss ich wieder echt ganz von vorne anfangen. Ich kann es nicht glauben. So, wie bin ich vorher... Soll ich denselben Weg wieder gehen, oder... Ja, ne? Boah, jetzt kommt die Stelle. So, jetzt kommt die Stelle. So, jetzt kommt die Stelle. So, jetzt kommt die Stelle. Vielen Dank.